ich werde mal wieder meine Tests beantworten Haja natürlich und ich will mal sagen natürlich Let's go Frage 1 Worüber hast du dich als letztes mit jemandem gestritten? Jungs, das fängt ja schon mal sehr gut an Junge Keine Ahnung Was weiß ich Keine Ahnung Keine Ahnung Die Weltherrschaft oder so Nee, Spaß Ich hab keine Okay Nächste Frage Denkst du über irgendwas zu viel nach? Was? Alles Nächste Frage Was war das letzte Konzert auf dem du warst und wie hast dir gefallen? Ich war noch nie auf ein Konzert Was? Ja Ich war bisher noch nie auf ein Konzert und Ja Warum Ich mag das nicht so Nee, weil persönlich Das ist mir dann einfach zu stressig Das sind dann zu viele Leute Das ist dann eventuell zu laut und so weiter Mag ich dann nicht Nee, da geht man sonst nur dann den Puls hoch und das Kann ich in letzter Zeit echt nicht gebrauchen Okay Nächste Frage Ah ne Das ist die Frage Ah, ich muss mal Ja, okay Nächste Frage ist die Nummer 4 Ja Was ist so dein Typ? Bruder, was? Bruder, was? Von was, bitteschön? Was ist so dein Typ? Ja, von was, bitteschön? Von was? Was? Von was? Hä? Es ist, das ist, das ist wieder so eine Frage Die kann auf alles bedifiziert sein Da könnte ich jetzt stundenlang dran hocken und alles mögliche sagen Alles mögliche Hä? Guck mal Allein mein Handy Allein mein Handy Ist ein Typ Allein mein Handy ist ein Typ Es ist ein Vico UFO Light Also nur mal so und damit ist es ein Typ Theoretisch Also Ein Auto Ist ein Typ Hier ist das Modell Oder Ach, also Ne, ganz im Ernst Was ist hiermit gemeint? Was ist Das ist wieder sowas als auf So Last but not least Letzte Frage Gibt es ein Alter das du am meisten mochtest bis jetzt? Welches und warum? Was sind das für Cringer Fragen? Bitteschön Mal Was Worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Geht es jetzt irgendwie Geht es jetzt irgendwie um Dating oder was? Ganz im Ernst? Ganz im Ernst? 18 Also sie sollte mindestens 18 sein und maximal 25 Ne, ich bin 22 und möchte deshalb nicht irgendwie zu jung oder zu alt Okay, guck mal Alles unter 18 ist definitiv Knast Scheiße Nein Und Über 25 ist mir einfach zu alt Wenn du darauf hinaus möchtest Wenn du darauf hinaus möchtest Ey Ganz im Ernst? Oder Oder was Was meinst du mit Alter? Was? Ey Ey Das ist Das ist genauso wie Typ Kann auch alles möglich sein Kann auch wieder alles möglich sein Was meinst du vom Alter? Meinst du mein Meinst du mein Mein persönliches Alter? Ne? Meinst du mein persönliches Alter? Ein Alter das ich am meisten mochte Bei mir Bei mir selber Bei mir selber An mir Das war 13 Ja Warum? Jung Sorgenfrei Die Welt war in Ordnung Ja Okay 13 14 13 14 15 16 Trainer Ja An mir selber Weiß es Solche Fragen Alter Okay Dann Währende ich jetzt das Video Alle Fragen sind Verweisen Und Daumen hoch Auf jeden Fall Lass einen fetten Daumen da Noch fetter als Mein Daumen Lol Und vor allem Lass diesen Kanal Einen Abo da Einfach nur so Aber vor allem Eigentlich das Wichtigste Das Wichtigste Allerdings ist Und das dürft ihr auf keinen Fall vergessen Die Glocke aktivieren Dürft ihr auf keinen Fall vergessen Ja Das ist es Das ist die beste Unterstützung Die Wir machen Gott ist die beste Auf jeden Fall Tschüss 've Sie Von des Vielen Dank.